Während die meisten Menschen immer nach dem Billigsten suchen, wie zum Beispiel das billigste Essen, das billigste Auto, der billigste Flug und die billigste Reise, suche ich als der Hon immer nach dem Besten. Also der beste Flug, die beste Airline, das beste Hotel und natürlich auch das beste Restaurant. Und wenn ich dann auf meiner Suche etwas gefunden habe, dann teile ich das gerne mit meiner Community, nämlich der Hon-Familie. Und hier habe ich etwas Besonderes, nämlich mein Restaurant über den Wolken in 10.000 Metern. Wenn ich also mal Lust habe, etwas, ja besonders Hochwertiges zu essen, dann setze ich mich in die Austrian Airlines, lasse mich von den fantastischen Mitarbeitern und don't go verwöhnen mit dem Blick über die Welt.